DWG-Zeichnungen werden oft von vielen Fachleuten an verschiedenen Geräten und von verschiedenen Standorten aus bearbeitet. Das macht die Synchronisation schwierig und Zeichnungen in nachfolgenden Versionen schwer zu pflegen. Zudem sollten einige Benutzer das Recht zum Ändern haben, während andere oft nur betrachten und kommentieren können müssen. Begrüßen Sie Ares Kudo, die erste cloudbasierte CAD-Lösung mit einem vollständigen Satz an 2D-Funktionen zur Online-Bearbeitung von DWG-Zeichnungen in Ihrem Browser. Mit Ares Kudo können Sie Ihre Arbeit überall öffnen, präsentieren und bearbeiten. Und das äußerst kostengünstig, da eine Installation komplett entfällt. Die Software lässt sich praktisch mit jedem gängigen Cloud-Speicher verbinden, um auf DWG-Dateien von überall sicher zugreifen zu können. Sollten Sie bisher noch keinen solchen Speicher nutzen, können Sie Ares Kudo Drive verwenden. Mit dem Versionsverlaub lassen sich aufeinanderfolgende Änderungen markieren, vergleichen und bei Bedarf rückgängig machen. Feedback kann über Kommentare, Sprachnutzen oder Fotos geteilt werden. Jeder Benutzer wird mit einem Login identifiziert und kann sich entsprechend seiner Berechtigung, Zeichnungen ansehen, bearbeiten oder kommentieren. Sie können aber auch Geschütze nur ansichtlich erstellen, die in Echtzeit aktualisiert werden. Erwerben Sie Ares Kudo als Einzelprodukt oder bündeln Sie es zusammen mit Ares Commander und Ares Touch in der Ares Trinity of Cat BizSense. Testen Sie jetzt Ares Kudo 30 Tage kostenlos und besuchen Sie www.grebat.com für weitere Informationen.